Da sehe ich vor allem den grünen Wasserstoff im Stahl, im Chemie-Industrie-Bereich, Wasserstoff brauchen als Molekül. Und da muss auch der Fokus drauf liegen. Ich finde die Diskussion im Wärme, im Verkehrssektor, also wenn im Verkehr dann wirklich ein richtiger Schwerverkehr noch nicht mal mehr schwer lasst. Ich glaube persönlich, dass selbst da die Elektromobilität gewinnen wird, was man ja auch jetzt fast täglich liest. Aber Schiff- und Flugverkehr, auch da brauchen wir wahrscheinlich zukünftig noch Moleküle. Und darauf muss sich das fokussieren. Ja, also im Verkehrsbereich ist auf jeden Fall der grüne Strom da. Und alle Szenarien, auch inklusive der Bundesregierung, sagen ja, wenn wir bei 80 Prozent 2030 und dann 100 Prozent von uns aus möglichst spätestens 2040 sind, dann haben wir damit auch alle Sektoren abgedeckt. Und die gute Nachricht ist von unserer Seite auch überwiegend Heimat.